Als Geschäftsführer Fallen vermeiden durch richtige Entscheidungen. Die optimale Gestaltung Ihrer Situation als Geschäftsführer. Praktisch, rechtlich, abgesichert. Als Geschäftsführer möchten Sie sich um die wichtigen Dinge Ihrer Firma kümmern. Dass alles gut läuft, ob Produktion oder angebotene Dienstleistung. Sie Neukunden gewinnen und Bestandskunden begeistern. Ihre Mitarbeiter zufrieden und motiviert sind. Und natürlich auch die Weiterentwicklung des Ganzen. Doch da gibt es noch andere Themen, die viele gern auf später verschieben. Obwohl diese für Sie als Geschäftsführer, Ihre Firma und sogar Ihre Familie sehr entscheidend sind. Sind Sie vorbereitet auf Störfälle, die hoffentlich nie vorkommen? Sie fallen als Geschäftsführer aus durch Unfall, schwere Krankheit, irgendein unvorhergesehenes Ereignis. Etwas, was zu Handlungsunfähigkeit führt. Eine Scheidung mit Vermögensauseinandersetzung steht ins Haus. Ein Mitgesellschafter verstirbt. Verfügen Sie über sichere Regelungen durch Testament und Vollmachten? Ja, das sind keine angenehmen Themen. Und trotzdem, bei Ihrer Verantwortung sollten Sie diese angehen. Denken Sie daran, wie Sie sich fühlen werden in dem Wissen, dass auch für diese Situationen bereits alles in Ihrem Sinne geregelt und vorbereitet ist. Packen Sie diese Themen jetzt an. Mit unserer Unterstützung. Damit Sie jederzeit auf sicherem Boden stehen. Gerade hier können Sie Ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden und gleichzeitig einen interessanten Gestaltungsspielraum für sich nutzen. Für andere in Ihrer Position beginnt damit eine zeitraubende Tour. Von einem Spezialisten zum nächsten. Dabei unterschiedliche, wenn nicht sogar sich widersprechende Aussagen erhalten, diese miteinander abstimmen und das alles auf dem Rücken Ihres sowieso schon gut gefüllten Terminplans. Das muss nicht sein. Es geht auch anders. Sie haben bestimmt bereits einen Fachmann, dem Sie Ihr Vertrauen schenken und der Einblick in Ihre Firma hat. Ihr Steuerberater. Setzen wir uns alle gemeinsam an einen Tisch. Wir stehen Ihnen mit verbindlichen Aussagen und doch kostenfrei zur Verfügung. Wir, das ist ein für Unternehmensrecht spezialisierter Anwalt und der Versicherungsexperte Thomas Lackler. Der Rechtsanwalt steht für langjährige Erfahrung als Experte für Gesellschaftsrecht, Sozialversicherungsrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und dem Wissen um sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten in diesen Rechtsbereichen. Thomas Lackler ist der Spezialist rund um die Absicherung für Geschäftsführer, deren Firma, Tätigkeit und deren Familie. Diese Kompetenz gemeinsam mit Ihnen an einem Tisch in einem Termin bedeutet für Sie, Sie erhalten alle Antworten zu Rechts- und Versicherungsfragen aus einer Hand. Aufeinander abgestimmt und ohne Lücken. Sie genießen Rechtssicherheit durch das Wissen eines Anwalts, der für seine Aussagen haftbar ist. Sie erleben Ihre Absicherung, die Ihrer Firma und der Familie nicht als Stückwerk, sondern als ein stimmiges Gesamtwerk, in das ebenso das Know-how und die Unterstützung Ihres Steuerberaters mit eingebracht wird. Und obwohl dieser Ersttermin für Sie kostenfrei ist, profitieren Sie sofort davon. Denn am Ende haben Sie Ihre aktuelle Situation betrachtet, Ihnen wurden wichtige Zusammenhänge aufgezeigt, Sie haben abgeklärt, wo es in Zukunft hingehen soll, außerdem wissen Sie nun, welche Möglichkeiten der Gestaltung es hierfür gibt. Sie kennen die entscheidenden Punkte, die es zu beachten gilt und haben jede Menge Tipps zur sinnvollen Veränderung zur Hand. Dabei liegen alle angesprochenen Themen in den Händen von ausgewiesenen Experten. Ihr Tagesgeschäft, Recht und Absicherung gehen somit Hand in Hand, angepasst auf Ihre Belange, denn die gemeinsam entwickelte Gestaltung bildet Ihre wirkliche Situation ab. Befreien Sie sich von ungeliebten Themen. Denn Herausforderungen wird es immer wieder geben. Manch anderer würde hier vor einem Berg unüberwindbar scheinender Probleme stehen. Doch für Ihre Sicherheit gestalten wir bereits im Vorfeld die Lösungen und den Umgang damit, wodurch Ihre Firma sogar eine Aufwertung erfahren könnte. Noch einmal zusammengefasst. Wir kommen für die Kosten Ihres Ersttermins mit unserem Rechtsexperten und Versicherungsexperten auf. Und wir sorgen dafür, dass Sie nach dem Termin eine Übersicht in Händen halten, woran zu arbeiten ist, über eine Anleitung verfügen, was zu tun ist, über mögliche Lücken Bescheid wissen, die vertraglich-gestalterischen Möglichkeiten kennen und ein Angebot erhalten, was Sie in eine solche Gestaltung investieren müssten. Wir haben Sie neugierig gemacht? Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Mail. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Abonniert los somebody in D